Leider sind die meisten Online-Shops nicht barrierefrei. Doch es gibt Regeln, damit das Internet für alle Menschen nutzbar wird. Webseiten, die wirklich gut funktionieren, setzen den Inhalt so zentral, dass er wirklich in jeder Ansicht 100% des Bildschirminhalts ausfüllt. Sehr wichtig immer zu wissen, auf welchem Element befinde ich mich denn mit der Tastatur, weil nur dann kann ich auch die Seite aufrufen, die ich aufrufen möchte. Schalter eingeklappt Menü. Wo ein Schalter oder als Link ausgegeben wird, weiß ein blinder User immer, okay, da kann man was bedienen oder kann auf die nächste Seite springen. Ich wünsche mir von den Webmastern, dass es einfach Standard ist, dass es so gegeben ist, dass jeder irgendeine Webseite bedienen kann. Barrierefrei im Netz. Mach mit!